Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr in Garmin Connect Routen planen könnt. Besser gesagt hier in der App. Garmin bietet ja für seine Uhren, die nativ hier eine Navigation an Bord haben, dass ihr eine Routenplanung auch direkt über die App durchführen könnt. Also das heißt, ihr müsst nicht zwingend Commode oder auch Autoactive etc. nutzen. Nein, das Ganze geht hier auch direkt über Garmin Connect selbst. Unterstützt werden die Uhren unter anderem wie zum Beispiel die VORNA 255, aber auch die neue 265, beziehungsweise natürlich die ganzen Phoenix und Apex Uhren, die VORNA 955, aber auch natürlich die VORNA 965. Ebenfalls dabei sind natürlich auch die Instinkt Uhren. Ihr seht, alles was mit Navigation zu tun hat, wird hier direkt unterstützt. Was nicht unterstützt wird, ist zum Beispiel die Venue 2 Plus. Die hat jetzt nativ keine Navigation an Bord. Da müsst ihr dann über Drittanbieter App das Ganze machen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie das dann in Garmin Connect funktioniert. Ja, um die Streckenplanung durchzuführen, müsst ihr einmal in Garmin Connect hinein. Und das ist jetzt hier das ganz normale Übersichtsfeld oder beziehungsweise hier den Startbildschirm, den ihr kennt. Und hier unten gibt es die drei Punkte mehr. Also ich zeige das Ganze jetzt hier auf der iPhone App. Und wir bekommen dann hier, wenn wir in mehr reingehen, nochmal eine weitere Übersicht. Und dann gibt es hier oben dann die Möglichkeit Training und Planung. Und hier gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Pace Pro Plan erstellen für das Laufen. Powerguide wäre jetzt zum Beispiel für das Radfahren, wenn ihr jetzt ein Edge-Gerät nutzt. Und dann gibt es hier das Feld Strecke. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und da sehen wir jetzt hier schon mal eine kleine Übersicht an Strecken, die ich hier alle synchronisiert habe. Und wenn wir mal in eine Strecke hineingehen, zum Beispiel Testlauf Enduro, dann sehen wir jetzt auch, dass hier die Quelle Komoot ist. Das sehen wir hier unten. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch mit Komoot nutzen. Also wenn ihr die Konten verbindet, dann wird das hier alles synchronisiert. Aber das ist hier nicht zwingend notwendig. Ja, wenn wir jetzt eine Strecke erstellen wollen, ist es eigentlich ganz einfach. Hier oben ganz unscheinbar ist ein Plus. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und dann sehen wir schon, für welche Aktivitäten wir das Ganze machen können. Wir haben es einmal für Rennradfahren, Gravel, Mountainbiken, aber auch Lauf- und Trailrunning, beziehungsweise Wandern. Und dann gibt es hier noch unscheinbar Sonstiges. Da gehen wir jetzt einfach mal auf Gravel Offroad, Radfahren. So wählen wir jetzt mal aus. Und da gibt es nämlich die erste Option, die ich euch zeigen möchte, ist die automatische Option. Da gehen wir jetzt einfach mal hier auf Automatisch. Da sehen wir schon, wir können einmal hier einen Namen vergeben. Wir können auch sagen, eine Distanz. Jetzt sagen wir einfach mal, wir möchten 25 Kilometer fahren. Okay. Und dann können wir hier auch schon eine Richtung angeben. Wir können dann sagen, ob wir das Ganze aus dem Westen wollen. Osten, Norden, Süden oder zufällig. Wir sagen jetzt einfach mal Westen. Das füllen wir jetzt aus. Dann gehen wir jetzt hier auf Weiter. Und dann sind wir jetzt am Stand, wo wir aktuell sind. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht hier, bei mir fahren, sondern zum Beispiel hier in den Pfälzer Wald rüber gehen. Jetzt gehen wir einfach hier rüber. Das wäre hier an dieser Stelle. Dann können wir hier rein zoomen. Dann sehen wir hier zum Beispiel, sehen wir einfach mal das Schloss aus hier, dass es gibt. Wir klicken hier einmal drauf. Und dann wird hier eine Strecke erstellt, so wie wir das Ganze eingestellt haben. Wir sehen hier, das Ganze geht jetzt hier etwa 25 Kilometer. Also jeder Punkt ist hier ein Kilometer. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, das gefällt mir jetzt nicht so ganz, was da automatisch gestellt worden ist, dann können wir nochmal auf die drei Striche hier unten gehen. Und dann kann man zum Beispiel sagen, ich möchte es umleiten und ich möchte das Ganze hier zum Beispiel in den Süden haben. Ich sage einfach fertig. Dann wählen wir das nochmal aus. Und dann wird hier die Strecke anders geplant. Wir sehen jetzt hier, das Ganze geht dann in den Süden hinein. Und so bekommt ihr automatisch erstellte Strecken. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel wisst, okay, hier oben ist jetzt ein Restaurant. Dann können wir hier nochmal auf die drei Punkte gehen. Dann gibt es hier den Mühpunkt Streckenpunkt hinzufügen. Und dann sehen wir hier, hier gibt es verschiedene Menüpunkte, zum Beispiel Radfahren, Privat, Sehenswürdigkeiten. Und da habt ihr die Option hier entsprechend das Ganze auszuwählen. Dann gehen wir jetzt einfach mehr auf Verpflegungsstation zum Beispiel. Dann sagen wir hier weiter. Und dann sehen wir, wenn wir uns hier sagen, okay, hier oben ist eine Verpflegungsstation. Dann fahren wir hier mit dem Finger hin. Also das Ganze läuft hier mit Touch. Das Ganze ist dann wie so ein Ziel hier. Und dann sehen wir einfach, gehen wir hier drauf und sagen, hier, das möchte ich auswählen. Sagen wir weiter. Und dann ist das Ganze auch schon hier gespeichert als Wegpunkt. Den bekommt ihr dann bei der Navigation angezeigt und wisst dann auch dann, wenn dieser Wegpunkt erscheint. Ihr habt natürlich auch die Option, das Ganze so rückgängig zu machen. Da gehen wir nochmal auf die drei Punkte hier unten. Und dann sage ich hier rückgängig. Und dann ist der Punkt auch schon entsprechend weg. Ebenfalls könnt ihr die Strecke auch mal neu planen. Wenn ihr sagt, okay, den Standort möchte ich nicht haben. Da geht ihr jetzt einfach dann nochmal hier auch auf Umleiten. Und dann gibt es hier unten nochmal Tipp auf die Karte. Das heißt also, es ist ein kleiner Tooltipp. Ich kann jetzt jederzeit hier zum Beispiel da reinklicken. Und dann wird hier eine Strecke entsprechend dann berechnet. Wir können uns auch nochmal die Details anschauen. Ich habe jetzt schon mal die Strecke gespeichert. Ihr habt oben rechts auch die Möglichkeit, die Karte zu ändern. Das gucken wir uns gleich aber nochmal detailliert an. Sehen wir einfach hier eine Strecke von 21,35 Kilometer, 540 Höhenmeter und 544 Höhenmeter Abstieg. Dann bekommt ihr hier so eine kleine Übersicht angezeigt. Und könnt auch hier noch, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Edge-Gerät habt oder ein Gerät, das das unterstützt, hier auch noch einen Power Guide hinzufügen, der dann ja euch leitet, beziehungsweise euch dann hilft, eine gewisse Zeit dann hier das Ganze zu erreichen. Das war jetzt eine Option. Das ist eigentlich die schnelle Option, wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt irgendwo auf Firmenreise oder irgendwo unterwegs, möchte jetzt ein bisschen wandern gehen, Rad fahren und habe jetzt auch keine große Lust zu planen. Dann könnt ihr das hier nutzen. Garmin nutzt dabei hier die Heatmap, um das Ganze zu gestalten. Und so habt ihr dann schnell hier eine Strecke zum Navigieren. Ihr könnt das Ganze auch manuell selber machen. Dafür gehen wir jetzt oben nochmal auf das Plus. Und dann sehen wir nochmal hier, wie gesagt, die Aktivitäten, die wir haben. Und ich habe ja gesagt, ich möchte das Ganze mal fürs Laufen machen. Das wähle ich jetzt aus. Und dann gehen wir jetzt hier auf Bin Nutzer definiert. Auch hier haben wir gerade gesehen, das Ganze kann man auch mit Roundtrip Routing machen, beziehungsweise mit Selbst errechnen. Das geht übrigens auch fürs Wandern, wenn ihr das machen möchtet. So, und jetzt sind wir hier wieder an dem Standort, wo wir gerade waren. Dann sagen wir einfach hier, wir wollen jetzt an der starken Burg starten, weil wir jetzt hier an einem Parkplatz sind. Hier oben ist ein Parkplatz. Und wir sehen auch hier schon, wenn ich mal ein bisschen rauszoome, also guckt man hier auf die Straße, dann lädt es also ein bisschen nach, beziehungsweise es werden ab einer gewissen Zoom-Stufe auch nicht alle Straßen immer angezeigt oder wird dann sehr undeutlich. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Es kann mal sein, dass das Ganze hier nicht ganz gut angezeigt wird. Rechts oben habt ihr dann die Möglichkeit, auch die Karten zu ändern. Also wir können hier auf eine normale Karte gehen. Wir können uns auch ein Satellit anzeigen lassen oder das Gelände. Also dann bekommt ihr auch so ein bisschen die Höhenlinie angezeigt. Und ihr habt dann auch noch die Möglichkeit, das ist nicht ganz übersetzt, aber hier die Heatmap anzeigen zu lassen, beziehungsweise dann den Kilometermarkierer, der euch einfach anzeigt, wie viele Kilometer dann auf der Strecke gelaufen seid. Ich habe die Heatmap immer an, einfach um zu schauen, ja, wo sind die meisten Leute unterwegs. Ist gerade hilfreich, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid, wo ihr euch nicht auskennt. Das ist dann auf jeden Fall hier eine Option. Was ich aber schon eine Erfahrung gemacht habe beim Radfahren, es gibt dann oft Pendelstrecken, die dann hier auch als Heatmap angezeigt werden. Da müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr die Strecken dann hier auch, ja, vielleicht nicht in der Bundesstraße langfahrt, wenn ihr das nicht unbedingt wollt. Ich werde das Ganze jetzt hier mit dieser linken Karte planen. Und es ist auch ganz einfach, wir nehmen jetzt hier den Punkt hier unten, das ist dieser, ja, Pin, den wählen wir jetzt aus. Und dann bekommen wir jetzt hier wieder so ein Targetziel, beziehungsweise einen Startpunkt. Dann sagen wir jetzt einfach hier, wir starten jetzt in einer starken Burg, sagen jetzt weiter. Und jetzt könnt ihr einfach wieder den nächsten Pin setzen. Und dann bekommt ihr so einen schwarzen Punkt. Ich weiß gar nicht, ob man es so gut erkennen kann. Das ist hier dieser Punkt hier. Den drücke ich jetzt einfach hier drauf. Und dann wird hier die Strecke dann berechnet. Ihr könnt auch noch ein bisschen rauszoomen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, nochmal den Punkt auswählen. Hier hin möchte ich. Hier weiter. Und so bekommen wir das Ganze dann ausgewählt. Und wie ihr gerade schon seht, es wird hier ein gerader Strich angezeigt. Der Weg, das sieht man auch ganz gut hier auf der Satellitenkarte, geht eigentlich hier so ein bisschen lang. Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass der wirklich so ein bisschen kurvig geht. Das ist nicht so ein gerader Strich. Also da mit der Karte bitte nicht verwirren lassen. Das ist wirklich hier so ein bisschen schlecht gemacht. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz die andere Karte einblenden, die jetzt nicht Satellitenkarte. Da sieht man die Heatmap etwas besser, weil das ist ein bisschen weich gezeichnet. Aber hier kann man ganz gut erkennen. Das lädt jetzt so nach und nach auf. So diese lila Linie, die ihr hier sehen, das bedeutet einfach, dass hier viel gelaufen wird. Und gerade wenn wir jetzt hier ein bisschen rauszoomen, können wir das eigentlich ganz gut erkennen. Diese Linien, die sich hier aufbauen, das sind alles Wege. Und das sind ja stark belaufende Wege hier. Das sieht man ganz gut. Und umso dunkler das Lila ist, umso mehr sind die Wege belaufen. Umkehrschluss natürlich, umso weniger. Desto weniger laufen auch diese Strecke. So, und jetzt habe ich zum Beispiel einen Fehler gemacht. Ich möchte jetzt gar nicht hier runter in die Stadt. Also hier ist Hambach. Da möchte ich gar nicht hin. Ich möchte nochmal zurück. Da könnt ihr einfach sagen, okay, ich gehe auf diesen Pfeil zurück. Und dann wird die letzte Tour oder der letzte Punkt wird dann hier entfernt. Und ich möchte einfach sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel hier hinlaufen. Das ist jetzt hier. Dann setzen wir hier wieder einen Wegpunkt ran. Und so könnt ihr dann die ganze Strecke hier planen, wie ihr das Ganze möchtet. Also wie gesagt, ihr dürft euch da nicht verwirren lassen, hier mit den Wegen, dass das immer so ein bisschen abseits läuft. Aber das ist dann wie gesagt der Karte geschuldet. Ja, jetzt habe ich mal eine komplette Strecke gemacht. Wir sehen hier einmal so ein kleiner, ja, kreis, den ich hier laufe. Und wir sehen auch hier unten nochmal eine Übersicht. Also man kann sich auch hier anzeigen lassen. Wir sehen jetzt hier neun Punkte, da habe ich gesetzt. 4,87 Kilometer auf 216 Höhenmeter. Und dann sehen wir auch nochmal hier den Streckenverlauf, beziehungsweise das Höhenprofil wird angezeigt. Den Streckentyp, den könnte ich jetzt auch theoretisch nochmal ändern, wenn ich möchte. Und ganz wichtig an der Stelle ist auch hier die Abbiegehinweise zu aktivieren, falls diese deaktiviert sind. Also das bekommt ihr auch nochmal hier unten angezeigt. Das wählen wir jetzt einfach aus, dass wir dann auch wirklich Abbiegehinweise bekommen. Wenn das nicht ausgewählt ist, dann bekommt ihr auch keine Abbiegehinweise auf die Uhr angezeigt. Ebenfalls haben wir dann auch hier die Möglichkeit, an der Strecke nochmal Streckenpunkte hinzuzufügen. Da gehen wir auch nochmal auf die drei Punkte hier. Und da gibt es hier dann auch Streckenpunkte. Das ist das, was wir gerade eben schon gesehen haben. Können wir zum Beispiel nochmal sagen, hier Nahrung, können wir nochmal auswählen. Und es funktioniert dann genauso gleich. Also das heißt, wir können hier das Ganze, sagen wir hier zum Beispiel wäre was, und dann könnt ihr hier auch einen Wegpunkt setzen. Und das könnt ihr auch wirklich x-beliebig machen. Ihr könnt dann auch Gefahrenstellen auswählen und so hier individuell eure Wegpunkte gestalten. Dann habt ihr die Option, auch noch die Richtung umzukehren. Also wenn euch das Ganze so einfällt, okay, das möchte ich jetzt nicht so haben, dann könnt ihr das Ganze hier auswählen. Dann wird es hier ein Kilometer, zwei Kilometer, dann läuft das Ganze hier dann anders herum. Ihr habt dann auch die Option, hin und zurück das Ganze zu machen. Das heißt also, wenn ihr es zweimal laufen wollt, können wir es mal auswählen. Dann sehen wir hier, es sind jetzt 11,2 Kilometer, die dann ausgewählt sind. Und wir können das Ganze auch nochmal zurücksetzen, wenn wir es nicht möchten. Und ihr habt dann auch die Option, eine Schleife zum Startpunkt zu laufen. Das heißt, wir können einfach mal hier jetzt ganz kurz die Strecke etwas kürzen. Sagen wir hier, das ist nicht ganz zum Startpunkt, da sagen wir einfach hier auf die drei Punkte, Schleife zum Startpunkt. Und dann wird hier die Strecke beendet, beziehungsweise dann verbunden. Und so seid ihr dann wieder zurück auf den Startpunkt, müsst nicht extra das Ganze da hin planen. Wenn ihr das Ganze dann ausgeführt habt, geht ihr einfach hier auf Speichern. Dann können wir sagen, ich möchte es öffentlich oder privat machen. Ich mache das jetzt einfach mal privat. Und dann ist das Ganze hier auch schon ausgewählt. Ihr habt natürlich auch noch die Option, wenn ihr sagt, okay, ich möchte die Strecke bearbeiten. Da könnt ihr nochmal reingehen, das Ganze nochmal überarbeiten. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Wenn ihr jetzt auf eine bestimmte Uhr die ganze Strecke übertragen wollt, dann geht ihr jetzt einfach hier auf die drei Striche. Und dann haben wir hier den Punkt Gerät senden. Das wählen wir jetzt einfach mal aus. Jetzt sehen wir alle Geräte, die ich verbunden habe. Wir sehen hier unten die Edge-Geräte. Die sind natürlich mit dem Laufen nicht kompatibel. Ich wähle jetzt zum Beispiel die neue V1265 aus. Sagen wir hier, das Ganze wird dann hier bei der nächsten Synchronisation dann übertragen. Und ihr könnt dann auch direkt loslegen. Ja, wie wähle ich das Ganze dann aus? Das ist ganz einfach. Da gehen wir jetzt einfach in die Aktivität hinein. Wir sehen auch hier, da können wir zum Beispiel Laufen gehen. Dann wählen wir das hier aus. Dann kommen wir hier rein. Dann drücken wir jetzt einfach hier, drücken wir länger auf die mittlere Taste hier. Und dann geht es hier unter Navigation dann die Strecken. Und wir sehen jetzt hier, hier ist unsere Strecke, die wir jetzt hier haben. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Dann wird das Ganze geladen. Und hier können wir dann, ja, bekommen wir mal eine Übersicht. Die V1265 hat jetzt keine Karte. Aber hier können wir dann, ja, die Strecke loslaufen. Wir sind auch hier. Wir können auch ein Pace Pro-Blan nutzen bei der Uhr. Das heißt also, ich gebe hier einfach ein Pace vor, die ich laufen möchte, beziehungsweise eine Zielzeit. Und dann, ja, wird das Ganze in den Split eingeteilt. Und das Ganze funktioniert, wie gesagt, bei der Apex, bei der Phoenix-Uhren, Instinct-Uhren oder beziehungsweise bei allen Uhren, die die Navigation nativ unterstützen. Da können wir das Ganze dann hier über die Garmin Connect App laden. Wenn dich noch mehr zum Thema V1265 interessiert, da kommen jetzt auch demnächst hier mehr Videos auf den Kanal. Da stelle ich die Uhr mal genauer vor beziehungsweise mache auch einen Navigationstest und zeige das Ganze in der Praxis. Also, um das nicht zu verpassen, lass gerne ein Abo da. Wenn du noch mehr rund um Garmin sehen möchtest, dann verlinke ich dir oben mal eine Playlist rund um Garmin. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, verlinke ich dir auch mal die Best-of-Playlist meines Kanals. Da siehst du, was sonst noch alles auf dem Kanal so stattfindet. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.